Manchmal sind geniale Übungen sehr einfach und effektiv. Du kennst meine Übung Po Power und hast gesagt, okay, schön und gut, doch wie trainiere ich mein Po, mein Gesäß, mein Hüftbeckenmuskulatur, meine stabilisierende Muskulatur fürs Becken, damit meine Wirbelsäule eine gute Basis hat. Ich möchte dir die Beinkreise zeigen. Eine einfache Übung und du wirst merken, wenn du die regelmäßig machst, es wird sich was in deinem allerbesten Hinterteil tun. Ich habe auch dafür wieder einen Timer. Nein, ich darf das mit dem Timer noch nicht sagen oder noch nicht starten, weil ich muss dir erst was erklären. Es gibt fünf Positionen. Position 1, 2, 3, 4 und 5 ist hinter dem Körper. Bei allen Positionen ist wichtig, aufrecht zu bleiben. Das Standbein, welches auch immer es sein wird, mal das eine, mal das andere, ist leicht gebeugt. Dein Becken ist aufrecht, du bist auch hier aufrecht. Solche schrägen Bewegungen, lass die, gehören nicht dazu. Versuche dich zu stabilisieren. Und wenn du mal wackelst, absteigen musst, wäre ich okay. Es geht einfach darum, zu üben. Übung macht auch hier den Meister. Ich starte jetzt meinen Timer, 10 Sekunden. Und zwar, du startest auf Position 1. Position 1 ist hier drüben, über Kreuz. Bleib hier aufrecht. Und beginne, dein Bein zu kreisen. Das Wichtige ist, die Bewegung kommt von hier oben, vom Becken. Lass deinen Fuß unten, ganz ruhig. Bleib hier stabil. Und kreise. In die eine wie in die jetzt andere Richtung. Also, Position, Kreise. Und auch das, ich habe den Timer auf 15 Sekunden pro Kreis eingestellt. Und jetzt kommt die letzte Kreise. Und locker. Das gleiche jetzt mit dem anderen Bein. Das ist für Einsteiger. Die machen erst das eine Bein, dann das andere Bein. Kreisen auf Position 1. Und wenn du schon fortgeschrittener bist, das schon länger machst, Achtung, andersrum. Dann kannst du Position 1, 2, 3, 4, 5 einfach durchmachen. Und auch hier schau ruhig. Auch da vielleicht siehst du, es ist nicht ganz gleich. Ja, deswegen mache ich die Übung auch. Deswegen finde ich sie auch so toll. Und jetzt Position 2 ist hier vor dem Körper. Vor dem Körper weiter kreisen. Groß bleiben, aufrecht. Auch hier Bauchspannung. In Gedanken. Die Stange brechen. Und das Ganze von hier oben, von der Hüfte her kommen lassen. Kleine Kreise. Versuch die Kreise gleichmäßig zu machen. Das heißt, so symmetrisch wie möglich. Und die letzten Sekunden auch hier. Locker. Andere Seite auch hier. Okay. Kreisen erst in die eine Richtung. Spür das. Vielleicht spürst du starke Unterschiede. Von der einen zur anderen Seite. Völlig okay. Dann ist die Übung genau deine Übung. Die richtige Übung für dich. Weil je größer die Unterschiede sind, desto mehr musst du natürlich daran arbeiten. Und auch hier. Position 2 geht zu Ende. Position 3 ist hier außen. Also auch da drauf achten. Gerade jetzt. Stabilität aufbauen. Es ist so ähnlich wie eben auch da bei der Blackroll Übung. Liegestützpositionen mit Bein anheben. Und anders rocken. Ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab und wechsle nicht zu dem Bein. Aber du solltest das machen. Oder eben alle durch. Positionen. Und locker. Jetzt neben dem Körper. Auch hier. Kleine gleichmäßige Kreise. Oberkörper so ruhig es geht. Aus der Hüfte heraus. Hier Stabilität. Bauch ist fest. Und in die andere Richtung. Auch hier wirst du vielleicht merken, wenn du länger auf einem Bein stehst, ist das anstrengend. Aber genau darauf soll es hinaus, damit du diese Stabilität in den Beinen gewinnst und verbesserst. Jetzt geht es in Position 5 hinter dem Körper. Auch da sei vorsichtig. Da ist die Kreisbewegung, also die Kreisgröße, am kleinsten. Und wenn du irgendwo ganz weit hier hinten bist, dann kommt das meistens aus dem Rücken. Ist also da eine schlechte Geschichte. Andersrum. Versuch das ganz einfach. Klein und regelmäßig. Nur so ein quasi hinter dem anderen Fuß. Einen kleinen gleichmäßigen Kreis zu machen. Und auch hier. Locker und stopp. Fünf einfache Übungen. Oder fünf Positionen. Eben eins, zwei, drei, vier, fünf. Für deine gesäßstabilisierende Muskulatur. Und natürlich auch in die andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Den Timer findest du wieder, wie bei den anderen Videos, unterhalb dieses Videos. Und ich möchte dich einladen, diese Übung auch auszuprobieren. Und mit der Frage, was würde passieren, wenn du diese Übung über drei, vier, fünf Wochen machst? Welche Referenz hast? Wenn du eine Referenz haben möchtest, miss mal eben deine, was ist dein Becken, dein Po? Wie der Umfang ist? Und dann eben nach sechs Wochen nochmal, hat sich da was verändert? Oder anderes Test ist einfach, wie gut kannst du auf einem Bein stehen? Wie stabil bist du dabei? Wie groß ist der Unterschied von der einen zur anderen Seite? Du kannst das auch, damit du eine bessere Referenz hast, aufnehmen. Mach einen kurzen Film. Wie stehst du hier? Wie stehst du hier? Und das Ganze nach drei, vier Wochen. Nochmal. Du wirst wirklich überrascht sein. Bleib aktiv, sei neugierig, denk an ProPower. Bis dahin, dein Couch, Andi. Du weißt jetzt etwas mehr über ProPower und was sich hinter ProPower verbirgt. Mit dieser einfachen Kräftigungsübungen kannst du viel erreichen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir auf Facebook dein Gefällt mir und abonniere diesen YouTube-Kanal. Ich freue mich auf dich und vielleicht hast du eine Frage, dann sende sie mir, schick sie mir. Dein Couch, Andi. Dein Couch, Andi.